Flavio Roma ist ein ehemaliger italienischer Fußballtorhüter. Karriere Seine Profikarriere begann Roma beim Lazio Rom in der Saison 1991-92. Dort spielte er bis Sommer 1995. Mit einer kurzen Unterbrechung in der Saison 1993-94, als er leihweise für drei Spiele für die AC Mantowa auflief. Zwischen 1995 und 2001 spielte Roma für verschiedene italienische Vereine. Darunter waren FBC Unione Venedig, US Fiorinzuola, US Foggia, AC Schifo, Verona und FC Pia Inca. Zur Spielzeit 2001-02 wechselte er zum französischen Traditions-Club Asmaneco in die Liga 1. Für den Asmaneco absolvierte er 166 Liga 1-Einsätze und spielte 24 Mal auf internationaler Ebene. Am 13. August 2009 wechselte er zur AC Mailand. Über die Ablösesumme ist nichts bekannt. Für die italienische Nationalmannschaft stand er dreimal im Tor. Erfolge Italienische Meisterschaft 2011 mit dem AC Mailand Ende sch Nicola 1. August 2010-03 16. August 2020 ультful 18. August 2011-19 Überg�� explotzins des Be